Ja, seid gegrüßt, mein Lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ekdardrum zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergen Fürst. In der letzten Folge, im letzten Part haben wir, ja, die Siegesfeier überstanden und, ja, wir sind fürstlich Stans zum Champ gekürt worden. Nun sind wir wieder hier in Eskissia, dort wo wir angefangen haben, mit dem Let's Play, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, hier im ersten Part, hier auf diesem Bett aufgewacht und uns dort im Spiegel gezogen. Ja, diesmal kann ich mich nicht umziehen, ja, betrachten wir nochmal hier diesen Ort des Anfangs, diesen Ort meines ersten Let's Plays. Hier, wo alles begonnen hat, heute bin ich ein bisschen erkältet, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber das wird mich hoffentlich nicht allzu sehr vom Let's Play abhalten. Hier steht natürlich die gute alte Wii U-Konsole. Ja. Dann geht's mal glatt runter. Ja. Zu der Mutter. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Hm. Let's Play Ben. Ich habe im Fernsehen die Parade gesehen. Professor Platan hat sich echt ins Zeug gelegt. Er hat so viele Leute versammelt. Da fällt mir ein. Ich habe eine Nachricht vom Professor. Er möchte sich mit dir im Bahnhof von Indiana City treffen. Weißt du, wo der Bahnhof ist? Wenn du mit dem Taxi kommst, kommst du ganz schnell dorthin. Womit es wohl geht, worum es wohl geht, das hätte er doch bei der Parade persönlich sagen können. Was weiß ich denn, was der Professor so will. Ähm. 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 Ja, Jutz. Dann werde ich mich mal aufmachen. Ich war eine Weile weg. Ähm. Schön, dich mal wiederzusehen waren. Wie geht's denn dem kleinen Fügelchen hier? Trilli! Okay. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Pokémon-Art ist. So. Das Bett meiner Mutter. Ein Geld verschwindes im Fernsehen. Eine Dokumentation über ein Mädchen, das in der Verletzung übersteht. Und im großen Rennen zusammen mit seinem Riehorn sein Bestes gibt. Oh, Riehorn. Da haben wir doch auch eins vor der Tür, oder? Kann ich darauf reiten? Oh. Hey, Zwirnwurst. Die Parade war erste Sahne. Du, sag mal. Wirst du mir einen Gefallen tun? Naja, kommt ganz drauf an, was für einen Gefallen würde ich sagen. Ich hätte nämlich gern eins deiner Pokémon. Was? Also, ähm. Eines meiner Top 4 Pokémon, eins meiner Teammitglieder, die mich seit Anfang an, seit Beginn begleitet haben. Vergiss es, mein Lieber. Als Zeichen unserer Freundschaft. Ich gebe dir mein Igamaru, das ich in einem Ei gefunden habe, und du gibst mir dafür eins deiner Pokémon. Bist du dabei? Nee, komm. Nee. Lass mal gut sein. Lass mal gut sein. Ein Level... Ein Level 50 oder ein Level 60 Pokémon gegen ein Level 1 Pokémon aus einem Ei. Also, vergiss es. Mein geiles Pokémon-Team gebe ich nicht mehr her. Nee. Ich nicht. Na gut, vielleicht ein andern Mal. Nee, komm. Mein Team behalte ich. Mein Team ist geil. Christoph, Lucario, Justin und Jason, die Welte und Let's Play Markus. Nee, die behalte ich lieber bei mir. Davon gebe ich keinen ab. Tut mir leid, Senna, aber das ist mein Team. Die halten zueinander. Kann ich mal auf die reiten? Nö, scheinbar nicht. So. Wir sind wohl wieder im Dorf? Hey, das ist doch ein Tootalk. Ach, Menno, ich will ja auch ein eigenes Pokémon. Jo. Geh zu Professor Platan. Der hat vielleicht eines für dich. Jo. Ansonsten geht's mal auf Richtung Illumina City. Werd hier mal durchrennen. Weil ich möchte euch mal ganz schnell mal nochmal die Wege zeigen, die dorthin führen. Jo. Nun, Agerwald. Das waren die ersten Parts, in denen wir hier durchgerast sind. Beim Durchlaufen können wir uns mal an die alten Mitreis erinnern. Ach, war das eine schöne Zeit. Gut. Jetzt ist mein Pokémon Team ein bisschen stärker und dürfte sich nicht mehr durch einen Kampf in Gezweig aufhalten lassen. Mit Save-Con. Ja, guck mal. Christoph hier ist Level 66 und Save-Con ist Level 4. Das läuft hier keine großartige Gefahr für mich sein. Also, jetzt sehen Sie die ganzen Kämpfe, die das hier ein bisschen verlängern. Ein Daratiri. So hieß das also. Jetzt guckt mein Daratiri. Ja, da wusste ich natürlich. So, auf Richtung Illumina City. Die haben wir natürlich alle schon besiegt, die Trainer hier. So, lange, lange Zeit. Und auch ein Sodamack Level 4 brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr zu fangen. Das hätten wir damals tun können. Aber jetzt nur nicht mehr. Gut. Weg der geht's. Oh, wer weg. Oh, ha. Da haben wir noch nicht gegen kämpft. Oh, Mann. Na gut, dann machen wir's jetzt Platz. Ist zwar ein bisschen unfair. Ich kämpfe gegen den kleinen Führer. Das ist ein bisschen wie das kleine Kitty. Ein bisschen doller und fair, aber na gut. Hab ich gesagt. So noch einmal. Bis dann ist auch Azuriel besiegt. Ja, das ist noch keine große Herausforderung. Oh, ich hab ein bisschen Zaschen gehabt bekommen. 64 Punkte, oder? Nur, wird bestimmt viel Preis sein. Und weiter geht's. Die haben wir schon besiegt. Nun weiter nach Iluna City. Paterweg. Naja, das gehen wir auch noch hin. Ein Knospi. Na ja, ja. Und wenn das nicht leicht ist. Einmal noch schnell mal totbeißen. Die Knospi verkaut. Gut. Ich weiß, es ist nicht üblich, dass man einfach die Wege noch mal nimmt. Das ist ein bisschen unüblich, aber ich wollte es einfach noch mal zeigen. Jetzt müssen wir glaube ich auch da sein. Genau. Illuminosity. Da sind wir. Und ab geht's zum Bahnhof. Unsere Punktmann-Tier müssen wir nicht heilen. Das ist nicht ernsthaft verletzt worden. Und ich weiß sogar, wo der Bahnhof ist. Ich brauche kein Taxi. Kann nicht einfach hinrasen. Das dauert bloß ein bisschen, weil, ja, der Bahnhof ein bisschen entfernt ist. Dann habe ich doch gleich gesehen alles. Es hat ein bisschen gedauert, um dort anzukommen, aber jetzt sind wir da. Kein Schritt weiter. Haha, ich bitte um Verzeihung, dass wir dir auch immer so einen Schrecken anjagen müssen. Wir wollten dir eigentlich nur etwas überbringen, was der Professor neulich vergessen hatte. Ähm, der Professor steht dort hinten, der kann es mir selbst übergeben, aber... Ja, der Pokédex wurde ja bereits um den Zentralen, den Küsten und den Geburtbereich von Carlos erweitert. Doch abseits dieser Bereiche gibt es noch weitaus mehr Pokémon zu entdecken. Und aus diesem Grund erlauben wir uns, den Pokédex entsprechend auszurüsten. Dem Pokédex von Let's Playbend wurde der nationale Pokédex hinzugefügt. Und im Pokédex-Menü kannst du jetzt auch den nationalen Pokédex auswählen. Tippe ihn einfach mal an, um ihn auszuprobieren. Genieße die Zeit, die du gemeinsam mit deinem Pokémon verbringen kannst. Denn sie ist so kostbar und hart erkämpft. Gut, vielen Dank für die kleine Erweiterung meines Pokédex. Jetzt muss ich aber mit Professor Platan reden. Glückwunsch, das war eine tolle Parade, Let's Playbend. Der Grund, weshalb ich dich hierher gebeten habe, ist das hier. Tadaaa! Eine Dauerfahrerkarte nach Baratica City! Sag bloß, du kennst Baratica City nicht. Die im Süden der Carlos-Region gelegene Stadt Baratica City ist der ideale Ort, um sich ein paar Muskeln anzutrainieren. Na, was zuerst du noch? Der Hochgeschwindigkeitszug wartet schon auf dich. Let's Playbend erhältst du das TMV-Pass. Genau, das TMV-Pass. TMV-Pass wurde in der Basis seit dem Star-Chef erstaunt. Dann will ich dir mal rasch das Nötigste zum TMV, also dem Train, äh, Mega-Retend, oder auch Hochgeschwindigkeitszug erklären. Nennen wir es einfach ICE. Ähm, das ist auch ein guter Name dafür. Begib dich zum TMV-Station und suche einen der orangenen Fahrkartenscheiter auf dem Bahnsteig, um deine Fahrkarte zu scannen. Jetzt aber nichts wie los, ich wünsche dir viel Spaß. Wünsche ich dir auch, Professor Platan, bei, was auch immer du gerade so vorhast. Gut, das ist ein Fahrkartenscanner, das TMV. Möchtest du deine Karte scannen und in den TMV einsteigen? Ja, das möchte ich. Deine Fahrkarte wurde gescannt. Los geht's! Und da sind wir vom Bahnhof von Batika. Tachchen! Die erste Bewohnerin von Batika, auf die ich so treffe, wird natürlich gleich angesprochen. Du hast doch einen Pokédex, nicht wahr? Dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Früher hatten vornehme Damen stets ein Parfus dabei, das ihr Lieblingsduft verströmte. Welche herkömmlichen Gegenstand hat das Parfus dabei ersetzt? Parfumflasche, Taschentuch, Lunchbox. Wollte man sagen, Parfumflasche? Richtig! Wow, das war richtig! Das hier ist dein Preis! Let's play Ben erhält Top-Beleber! Top-Beleber, wo die in der Medizintasche fährstellt! Man kann durch seinen Pokédex so viele Dinge lernen, dass sich einem mit ein wenig Phantasy ganz neue Perspektiven öffnen. Okay, vielen Dank für den Top-Beleber. Den werde ich bestimmt gebrauchen können. Und was ist mit dir, hübscher Lady? Was geht bei dir? Der TMV wird mit Elektrizität betrieben. Ohne das Kalos-Kraftwerk rührt er sich also kein bisschen vom Fleck. Gut, dass das Kalos-Kraftwerk funktioniert und wir das nicht erst noch einstellen müssen. Sag mal, bist du nicht Let's play Ben? Es ist mir gelungen, bei der Parade einen Blick auf dich zu erherrschen. Ähm, ja, ja, das bin ich. Also man kennt mich auch unter anderen Namen, aber Let's play Ben ist auch ein Name von mir, den ich mal getragen habe. Also, ja, ja, bin ich. Wusste ich es doch, ein Träger des Kalos-Imblems. Erkennt man eben sofort. Vielen Dank, dass du die Schergen von Team Flair aufgehalten hast. Es ist nur eine Kleinigkeit. Doch, nimm dies bitte als Zeichen meiner Dankbarkeit. Let's play Ben erhält Kampfkamera. Kampfkamera wurde in der Basis-Intemstar-Chef. Ja, stopp! Mit der Kampfkamera kannst du Kämpfe gegen deine Freunde oder Kämpfe in speziellen Kampfanrichtungen aufzeichnen. Doch das ist nicht alles. Wenn du eine Internetverbindung herstellst, kannst du deine aufgezeichneten Kampfvideos hochladen. Oder die von jemand anderem hochgeladenen Kampfvideos anhand einer ihrer Codes suchen. Gut, ähm, werde ich bestimmt niemals benutzen. Aber vielen Dank. Gehen wir mal ins Pokémon-Center. Mal eben unser komplett unversehrtes Team aufladen. Okay, ich nehme mich jetzt für einen weinenden O-Hot. Bamz, 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 bamz. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ja, ich werde sehr bald wieder kommen, denke ich mal. Gut, gehen wir uns mal umziehen. Mal gucken, ob ich da was habe. Was angemessen ist für die Zone hier. Nö, ich habe eigentlich nur diese Klamotten hier. Ich habe eigentlich nie was anderes gekauft. Deshalb. Gut, das war auch ein Fehler, den man vielleicht im nächsten Let's Play mal beheben könnte. Indem man einfach mal ein bisschen mehr shoppen geht. Und hier ist direkt das Kampfhaus, wenn es mich nicht alles täuscht. Da, Kampfhaus. Wir haben vier kokette Schwestern das sagen. Okay, dann werden wir gleich mal hingehen. Ich hole mir noch dieses Item hier. Let's Playman finde es das Item Nugget. Und Nugget wurde nahe. Eine Items-Tasche verstand. Gut. Was geht hier? Kontakt-Safari. Freundesguts werden deinem Horizont erweitert. Okay, ja ich bin gerade nicht so kontaktfreudig, deshalb bin ich ein bisschen erkältet. Deshalb gucke ich mir mal diesen etwas sinnlosen See hier oben an. Eine hübsche Area zum Entspannen. Jutz, dann würde ich mal sagen, auf geht's ins Kampfhaus. Dort müssen wir erstmal ein paar Kämpfe bestreiten. Genau gesagt einen. Man kann auch noch einen zweiten machen. Wenn man will. Man braucht nur einen. Um, ja, auf den Rival zu treffen. Habe ich mich mal erkundigt. Hallo und willkommen bei der Gewinntauschbörse. Möchtest du Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen? Nein, ich habe keine Gewinnpunkte. Ne, ich habe immer noch keine Gewinnpunkte. Gut, dann gehen wir mal durch diesen Vorhang hier und wagen uns mal in einen Kampf. Herzlich willkommen. Du befindest dich hier am Empfangsschalter des Kampfhauses. Wonach steht dir denn heute der Sinn? Herausforderungen annehmen, Info, Musik ändern. Musik ändern? Ah, hier gibt es vier Stücke. Ja, dann würde ich mal Stück 2 einfach mal nehmen. Gut, und gleich mal Herausforderungen annehmen. Ich nehme natürlich einen Einzelkampf, Doppelkampf, Dreierkampf, Reihunkampf, Multikampf. Gut, ich versuche es mal mit Doppelkampf. Die waren mir doch bisher immer am liebsten. So, Pokémon auswählen. 2 habe ich gerade rausgewählt. Teilnahme unmöglich. Dann würde ich mal gerne noch Justine dazu nehmen. Und Let's Play, Markus kommt noch mit dazu. Na gut, los geht's. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, allerdings, das möchte ich. Und los geht's in den ersten Kampf. Also los, auf in den Doppelkampf. Und vergiss nicht, hier wird in Serie gekämpft. Ich möchte einfach fleißig arbeiten. Geld sparen und ein ruhiges Leben führen. Ja. Den gibt es auch wieder nichts hinzuzufügen. Eine Herausforderung von Kogonablu. Ok, 4 Pokémon. Die kriegen wir doch hin. Würde ich mal sagen, Mega-Entwicklung. Und Hydro-Pumpe auf Phoenix. Lucario kann demnach jetzt keine Mega-Entwicklung mehr einsetzen, aber Aura-Sphäre auf Tanza. Und alle Level 50, das ist eine gewisse Einschränkung, die wurde dabei gestellt. Und Aura-Sphäre. Bams. Ok, das war auch schon gut. Und Phoenix wurde besiegt. Kok-Nuron. Gut. Dann würde ich mal sagen, setz mal Surfer auf Allerhen und du setzt mal Drachenpuls auf Tanz. Was? Nein. Genau so. Panzer wurde besiegt. Ey. Surfer. Natürlich wird Lucario auch davon mitgenommen. Aber es ist Kok-Nuron und wurde besiegt. Und Traumato wurde eingesetzt. Und letztes Pokémon, ich würde mal sagen, Surfer. Und ja, Drachenpuls. Bleiben wir dabei. Hataki! Und Surfer gibt den Rest. Gut. Oder auch nicht. Also gibt Lucario den Rest, aber Traumato nicht. Der muss noch ein bisschen. Gut. Justine muss mal ein bisschen aushelfen. So. Surfer. Und ja irgendwas. Ventose. Oh man. Was ist denn heute mit meiner Speicherkarte los? Zu wenig Speicherplatz oder was? Na gut. Ähm. Anstatt großen Träumen nachzujagen, suche ich lieber das alltägliche Glück. Pokémon Team geheilt. Netzwerden gewinnt. Ein GP Punkt. Ein GP Punkt? Ne. Ein Gewinnpunkt. Als nächstes folgt dein zweiter Kampf in Serie. Möchtest du weiter machen? Ähm. Gut. Gern das Kampfvideo speichern. Gut. Und dann würde ich gerne Pause machen. Und mal gucken, ob ich den Rivalen schon finden kann. Gut. Ich schau mal nach. Dann muss ich vielleicht keinen zweiten Kampf machen, um den Rivalen zu finden. Dann können wir gleich im nächsten Part gegen den Rivalen antreten. Würde ich mal sagen. Und ja. Da steht Rivale Serena schon. Und die besiegen wir gleich im nächsten Part würde ich sagen. Dann habt noch eine angenehm fürstliche Zeit. Ja. Bis denne. Und ciao ciao. Adios. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Pokémon Y mit dem Zwergenfürst hier im Kampf gegen Serena. Ja. Gebt diesem Video einen Daumen hoch. Sollte es euch gefallen haben. Abonniert meinen Channel, falls ihr noch kein Abonnent meines Channels seid. Ja. Und ja. Kein weiteres Pokémon Y Video verpassen wollt. Ja. Macht's gut. Ja. 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 Und ja. 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 Dann sind wir jetzt hier. Ja. 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 Vielen Dank.